Brutstätten erkunden. Und da haben wir ja die eine, wo wir da weiterkommen. Ich will... Jetzt muss ja weitergehen. Wie? Ihr werdet es ja sehen. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Aber jetzt wissen wir es ja. So, jawohl. Jetzt gleich los, sag ich mal so. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir haben doch schon gestern ganz schön viel gezockt hier. Aber fehlte immer noch viel von Geben. Und es will nicht enden. Naja, ist halt auch ein... Was soll es? Großes Geben. Ach, hier war es so laut. Stimmt ja. So, wir hatten das Problem, dass wir hier nicht weiterkamen. Ich habe da... Mal nachgeforscht. Moment mal. Und zwar... Mh... Okay. Die Mops, die wir gekillt hatten. Wo liegen die denn? Sind die nimmer da jetzt? Äh... Ja, die sind jetzt weg oder was? Wir müssen nämlich... Shit. No loot mode optisch. Uh... Okay. Wir müssen nämlich eigentlich das Rad drehen, aber irgendwie Was sind denn die Leichen? Gibt es nicht mehr oder was? Das ist ja ätzend. Warte, ich gehe nochmal hier durch. Achso, gut. Wo war das hier? Shit, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier So, zum Drehen krieg? Ich weiß nicht. So, okay, man braucht gar nicht diese Dingsbummenswaffe. Gut, okay, dann bin ich beruhigt, dass es auch so geht. Perfekt. Dann kommen wir jetzt weiter. So, naja, das wäre egal jetzt gewesen, warum, glaube ich. Weil wir müssen an so einen Wagen springen, genau. So, da sind wir auch schon dran. Perfekt. Sobi. So, okay. Zack, runter hier. So, das haben wir gedreht. Jetzt passt das wenigstens. Jawohl, jetzt können wir wenigstens hier in Ruhe Hier rum Dingsen uns. Gott sei Dank, ey. Geht's mal weiter hier. Ich bin ja gestern echt schon verzweifelt. Zack, das schaut gut aus. Wunderbar. So, ist hier irgendwas berauschenes jetzt noch? Nö, gut, okay. Naja, dann Gehen wir hier weiter? Dü, dü, dü. Gehen wir weiter. Okay. Wir müssen da lang, würde ich sagen. Ähm. Ähm. Dü, 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 dü. Oh, das ist ja riesen groß hier. Dü, dü. Okay. We sind groß. So, okay. Auf alle Fälle geht's weiter. Das ist schon mal gut. Und dann hab ich noch was gesehen. Das werde ich auch gleich mal abchecken, ob das jetzt was bringt hier. Schauen wir mal, für was das gut sein soll. Wir gucken mal. Er darf mich nicht entdecken. Oh, nein. Ich wollte ihn doch überbrücken, Mensch. Oh, hab ich mir... Na gut, egal. Jetzt ist es zu spät. Haben wir noch so einen Weich da irgendwo? Ja, zwei da unten halt. Shiti, Midi, ey. Ich wollte ihn überbrücken. Ah ja, nur ist es zu spät. So, warte mal. Wo gehen wir denn lang überhaupt, für lauter Dings hier? Okay. Gehen wir hier lang? Ähm. Ich hab' mal voll falsch gedrückt. Oh, Jungs. Okay, da ist noch einer. Ah, hat mich schon entdeckt. Hat er mich wieder entdeckt, Mensch. Ich sag' ein shitty, Midi. Naja, jetzt kann ich auch untergehen, jetzt egal. Haben sie mich entdeckt, wieder? Kein Platz mehr. Ja, was sonst, ne? Ja, was sonst, ne? Was sonst hier? Huah! Alter, jetzt werde ich hier bald runtergesprungen. Oder was ist denn das hier? Ach, ist ne Pfütze. Oh, ich dachte jetzt schon. Ich dachte jetzt schon, das ist ja der Abgrund sonstiges. Ja, jetzt bin ich wieder klatschnass hier, ne? Von hier geht's weiter, denke ich mal. So, prima. Dann wollen wir mal gucken. Hier ist nix mehr, ne? Oder? Lüftung, ne? Lüftung gibt's hier wieder. Gut. Dann gehen wir weiter. Und weitergehen. Zeigt's von beiden schon an. Bin ich ja froh, dass wir hier weitermachen konnten. Oh, was ist denn das hier vorne? Achso, das ist wieder... Sieht aber diesmal komisch aus, oder? Oder? Ich wollte nicht hier rechts auch noch einer. Ach, hier oben ja. Okay. Und da hinten ist auch noch was. Ah, jetzt ja. Jetzt habe ich's. Das ist ja, ich aktiviere mal. Genau, jetzt ja. Ich nicht gesehen werde. Was ist das da vorne, Schäferer? Ein langweilig. Ich kann sie noch nicht überwunden. Aber alles, was ich in den Mutstätten lerne, wird mir hier draußen weiterhelfen. Und weitergehen. Ah, jetzt hat sie mich nimmer. Jetzt bitte ich Aussichtfeld. Wo ist denn jetzt noch so Zeugs hier? Warte mal, hier oben. Jawoll. Bisschen Nebel machen hier. Ach, jetzt kommt er wieder. Vielleicht könnte ich den von hier aus dann, äh, mal gucken, ob es was wird. Ach, jetzt bin ich mal noch im Sichtfeld, ja? Hm. Wo ist denn der andere jetzt, äh? War hier nicht hier oben auch noch einer? Oder ist der jetzt woanders lang gelotscht? Ach, da ist er ja. Okay, ich seh ihn. Hm. Na ja, ich glaube, ich kille die trotzdem, wa? Die geben ja keine Ruhe hier, die Jungs. Leise? Ach, hier oben ist er ja. Okay. Kommt er runter? Na ja, er kommt runter. Er guckt bestimmt hier rein, nimm ich an, ne? Genau. Wusste ich's doch. Oh, es ist doch glatt sein. Kopf abgefallen, Mensch. Ah, hier sind noch so viele, ey. Jetzt hab ich's ja alle angelockt. Oh, was bist du denn hier? Alter. Da bist du doch aber, wenn aber... Silber in die Gefahr hier gebrocht, hey. Oh, Jungs. Will noch jemand was von mir hier? Das sagt Sly. Ich hänge I fest. Ne, jetzt hänge ich nochmal fest. Du hast was verloren, ey. Was reißt du denn so? Uuuh. Heidelein. Hat mich nicht fortgeledert hier. Oh, ho, ho. Fünf schwere Wagen. Abgerissen. Abgerissen? Okay. Achso, da vorne irgendeine Waffe abgerissen. Okay. Ah, vielleicht muss ich dann das Ding reinschießen, wa? Oh, achso. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Hm. Ah, hier ist vorne ist so, äh, Ding, warte mal. Ähm. Könnt ihr mal gucken. Könnt ihr mal gucken. Vielleicht kann man die ja irgendwie für irgendwas gebrauchen. Mal gucken. Uuh. Ich hänge irgendwie fest. So, jetzt können wir weitergehen. Gut, wo ist jetzt dieser? Hier vorne. Gut, der ist dann am Eimer, würde ich sagen. Jöööö. Weg ist er, würde ich sagen. Weg ist er. Nicht schon wieder. Was ist denn schon wieder? Hä? Was ist denn schon wieder? Kommt hier was? Oder was? Oder wie? Ich hab keine Ahnung. Es sind jedenfalls überall so Dinger. Ach, unter mir ist noch was. Ah, unter ist noch. Wer ist da unter mir? Okay. Na ja, ne. Oh, was ist das hier? Was ist das denn jetzt hier? Oh, was ist denn das hier? Hm, gute Frau. Die Maschine. Die weckt sich jedenfalls nicht mehr. So. Na, gucken wir mal. Ist irgendein Weg hier, wo hingeht? Da haben wir doch einen Uplink. Das nehme ich mit. Ich denke es auch bald. So, was mache ich jetzt hiermit? Ist ja der Wahnsinn, oder? Diese Maschine hier. Ah, überrücken. Okay. Und jetzt hier? Was ist jetzt hier? Im Weg zur Aufbewahrungskammer oder irgendein Quatsch. Okay. Aha, aha, aha. Okay. Ach so, ihr trieben jetzt. Okay. 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 Aha, aha, aha. Na, eigentlich nützt mir das jetzt gar nichts, dieses... Ding hier, oder? Ich kann es ja mal hierher bringen, aber... Nützt mir eigentlich jetzt gar nichts, oder? Ich muss mal gucken. Das Feinde sehe ich jetzt im Moment nicht hier, aber ich muss auf alle Fälle hier lang. Und dann... Da lang. Nehme ich mal an. Genau, und dann halt weiter. Jetzt gucken wir, ob wir vielleicht irgendwas haben zu mitnehmen an mir. Oh, ist hier laut vielleicht, hey. Ah, Batterie wieder fast leer, Mensch. Schütti, Midi. Machen wir erst noch leer. Würde ich sagen. Ach so, hier machen wir noch mal irgend so einen Teil. Aha. Hm, aber wir müssen ja grundherren, ne? Nö. So. Das Grüne sollst du angucken, Mensch. Ich habe schon zu viel dabei. Tak. Tak. So. So. Yonah. auf alle fälle ist es hier eine riesen Produktionshalle, würde ich meinen und das ding hier vorne das ist ja keine ahnung ist halt im Eimer gut dann wollen wir mal gucken also ach so warte mal jetzt müssen wir nicht wieder hoch hier irgendwie haha ich glaube wir müssen wieder hoch hier oder okay also wir müssen uns irgendwie an so ein ding ranhängen wieder mal irgendwie mal hier hoch wieder hier lang würde ich sagen ne so genau gucken wir mal dass wir ankommen heil okay Brutstättenkern okay der Brutstättenkern was haben wir hier naja hier halt ne in diesen Bau halt nehme ich auch da soll sie hin genau okay ich muss hier irgendwie hier lang irgendwie an so ein ding ranhängen genau jetzt ja gucken wir mal wo kommen die denn jetzt da irgendwo äh muss ich mal gucken nicht irgendwie hier ach von da unten oder ach ne ach ne das ist was anderes ach ne das ist was anderes wo bist du denn hier warte mal ich muss irgendwie hier rüber wo wie jetzt wie jetzt oh ne jetzt hab ich abgeschossen ich hab gedacht das dreht den Weg irgendwie äh es dreht tja warte mal ich muss irgendwie warte mal ich muss irgendwie warte mal ich muss mal gucken wo wir jetzt hier lang kommen Mensch müssen wir hier runterspringen hier blüpp ähm äh 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 so wenn haben wir denn hier Jabbro Jabbro Jabbar 300 Tunde bekannt kobe brem h heißt jetzt Geht's? Wie steht's? Ich muss ich hier irgendwie lang? Fast ein Anliegen, ne, sowas. Ich hoffe mal, es ist kein schweres Anliegen. Ach, wie komm ich denn da lang? Gehen da lang? Na, durch. Gehen sie alle. Hm. Shit. Das hier durch kann ich nicht. Das schmelzt sich ja wieder dahin, ne? Das ist ja dein Anliegen. Hm. Das geht's einfach mal hier lang. Ich weiß ja auch nicht, ob ich jetzt richtig bin hier. Keine Ahnung, Leute. Aber ich muss aber irgendwie hier hoch, glaube ich. Wie komme ich denn da hoch? Äh, ich meine dahinter. Also ich meine, aha. Ja, ich meine, ne? Ja. 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 Wie komme ich denn nur hier lang? Sind ziemlich schnell jetzt leider. So, ein Switch-Partner auf einer anderen Plattform. Ich bin auf PC und Xbox und da ich eine Community führe, könnte ich einen Partner gut brauchen. Das heißt, du und ich hätten einen Vorteil. Also, das ist jetzt hier nur mein Hobby, gell? Ich will jetzt hier keine großen Auffrisse oder sonstiges machen, gell? Also, wie gesagt, ich habe noch Arbeit nebenher. Ja. Ich werde dich bei mir nennen und verlinken sozusagen einem Co-Verhältnis zwischen zwei Plattformen. Aha. Wie sieht es denn aus, das Co-Verhältnis? Jetzt geht es mal da lang. Ach, wie ist es denn jetzt hier lang? Wie ist es denn jetzt hier lang? Tschüss.